Das sieht nicht gut aus. Naja, gut. Ich denke jetzt in die nächste Höhle. Nö, wirklicher Wanderfahrt. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie viel, also welches Level wir haben. Wer ist denn mit meinem Elfmetikersbegleiter? Mach das! Viel Spaß dabei! Ich habe mich jetzt zwar gerade auch nochmal eingeloggt, aber nur weil Duftelein eventuell vorhat nachher Rates laufen, also die neuen, dass ich da eventuell mitkomme, weil die muss ich sowieso noch üben, dass wir das dann machen, bevor wir mit Lothro starten. Sofern er bis dahin soweit ist. Ist einer heiler Mieze, hält mich gerade auf dem Laufenden. Einer der Gründe, warum ich zwischenzeitlich, nicht oft, gerade ist es wirklich im Programm, raus tappe und ich weiß, wann es so weit ist. Bei Übung macht den Meister, den ersten Raid-Boss kann ich sogar, also nicht gut. Auf Gottes willen. Aber da bin ich am wenigsten gestorben. Den kriege ich noch halbwegs gut hin. Raid-Boss 3 bis 4. Äh, 2 bis 4. Da kriege ich die Mechanik noch nicht hin. Kriege ich einfach noch nicht auf die Kette. Aber gut, ich war bisher nur einmal drin. Das sei dazu gesagt. So, ich muss noch erst eine Liste. Ähm. Irgendwann sind wir noch bei 1.700. Kann man nachgucken. 1.700 unverändert. Aber es geht. Es geht. Sie war zu dieser Uhrzeit schonmal schlimmer. Hallo Wumsels. Meine Damen Wumsel Wumsels. Ja. Ja. Alles. Alles. Oh, ich tue ein Süßes. 6,5 Stunden. 6,5 Stunden. Jo. 1,5 Stunden würde ja gehen. Wie gesagt, das kommt ja drauf an, wie weit Dufte kommt. Das kann doch sein, dass wir das gar nicht machen. Weil er muss ja erst mal das Bier zusammenkriegen. Also, dass er auf 565, glaube ich, was kommt. Damit er den Rage Bomb machen kann. Dazu liest er sich dann ja auch noch den Text durch. Also, das dauert auch nochmal ein bisschen. Okay, 37. Also, eher. Oh, warte. So. Bevor ich das mache, nehme ich so ein Zitronen... Nein. Zitronengelee einmal. Jetzt das einmal aufgefüllt. Du kannst es mitnehmen. Die ist jetzt nicht vergeudet. Ein Goldstück? Ja, du bist aber ein kleines Goldstückchen, ne? In solchen Höhen waren wir gerade erst. Also, was ist gerade erst? Oh, ein Neon. Ich hab keine Zeit davon. War am Anfang. Oh, das ist jetzt damit. Oh, der ist echt gar nicht cleaner. longer kann ich mich aufnehmen. Bei mir geht und nochidays! Eineroth dig. Ich hab eure dann Zeit. Oh mein Gott. trank das leben sehr gut dann nehme ich jetzt nur einen mit und der an gerne als falls dann halt oder gar keiner gestorben ist das ist doch halt doof Kann ich halt nicht machen. Hallo, woher du jetzt? Luftbrecher nehmen wir mal mit. Die Setzen gemacht. Also das ist gerade so das erste Mal, dass wir seit mehreren Stunden das gleiche Gegnerlevel hier haben. Bis auf jetzt die stärkeren Gegner. Warte. Warte. Warte, warte. 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 sagen ab ja auf ps4 dafür muss sagen nur problem bis jetzt aufmerkst du dann mag gekauft was ich auch für sinni habe wenn das echt nur ist ja gut dann hast du glück gesagt bei mir funktioniert zeit bei man bei manchen spielen ja bei manchen nein aber da ich auch nicht auf ps4 kontrolle angewiesen bin ist es egal auch der anta kohle jayen er mich johna in omi mali da mazaga kimi datin de kastor om mann kattar so lüri solle noe de 1t何が起きているんだ Oh, so will that. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wir nehmen das mal verloren Nein Ich wollte ihn nicht öffnen Ich muss mich fragen, aber es war die Ich werde ihn nicht um Wir haben ihn mit einem Ich werde ihn nicht ein Aber ich mache ihn nicht und und kann ich mich die putzen ja ich kann endlich dann würde ich gerne mal den eulenwald ja fuluru, fuluru ni反応あり fuluru 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 familie ist seltsam ich wünsche dir nicht wenn bei ihr alles funktioniert ist super alle stange scheint wohl zu sein hier haben wir alle wie es aussieht ist auf dieser stange noch platz für ein paar oren das heißt warte mal einer ok da fehlt auf jeden fall mindestens so eine stange scheint voll zu sein hier haben wir auch alle vollzählig da ist noch platz das ding ist voll muss ich erwähnen wie süß das ist oder ich habe kein xbox controller ich habe den fahrer logitech wireless das logitech wireless gamepad es ist die monatze alter im modem ist gett das kroatische kaila ja bei saakina war mitgetaure datt mit ein Ich glaube, es ist ein kleineser, so ein kleineser. Das ist das, was wir im Jahre alt und im Jahre alt sind, die Erreinigkeit des Lebens und der Klinge der Klinge der Klinge. Das ist also ein kleineser, was wir in der Klinge. Das ist, dass man welche Lande finden kann, was man auch schon weiß, was man sich sehr gut verletzt. Das ist das, was ich? Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich finde, dass sie nicht mehr gehen müssen. Das ist, dass ich nicht so gut. Die Frau hat mich nicht mehr überrascht. Die Frau hat sich interessiert. Hürür! Hürür! Ich muss mich darum nicht, dass ich mich nicht, um mich zu sagen. Ich verstehe, was ich nicht? Im Moment. Ich habe mich nicht so gut. Ich habe mich nur gedacht, dass ich mich nicht so sagen. Wie kann eine Eure so süß sein? Das ist das süßeste Wesen der Welt. Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Was ist das, was ich? Oh, okay. 口多いね。 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 Outfits. Haben wir da. Ah, okay. Das ist jetzt Gold. Ja gut, die Rüstung soll Silber sein, aber das ist Kupfer. Okay. Ach so. Nee, sie hat da ja nichts Neues. Schade. Okay, das sieht irgendwie cool aus. Okay, das hat aber auch was. Oh Gott, ich weiß nicht, welches ich besser finde. Gut, zu ihrem jetzigen Buch passt das hier. Oh mein Gott, das will. Okay, das sieht gut aus. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. So, ich mach mal eine ganz kurze Pause. Ich muss da echt mal weiterspielen. Wie weit bist du eigentlich? Das wurde dich die ganze Zeit schon fragen. So, ich geh aber auch gleich pinkeln. Sobald du mir die Frage beantwortet hast. Oha. Gut angekündigt. Ähm. Beides. Beides. Also, wenn du bei PS4 weiter sein solltest, äh. Dann sag mir einfach nur, dass du weiter bist. Oder bei PC. Bei einfach mal. Wenn du irgendwo noch nicht weiter bist als ich, dann kannst du mir gerne sagen, wo. Wenn ich das nicht gespoilert werde. Ich bin bisher bei Tails bin ich spoilerfrei durchgekommen, ne? Ja, hat er. Hat er. Hat er. Aber ich kann mir dann gleich noch einen Grüfer im Warb machen. Nee. Gott. Nicht mit der Maus steuern. Ich rolle. Ich glaub, der Hund ist gerade wach geworden. PC ist ja selbst von Lore gestorben. PS4 bin ich da, wo Lord and Death entführt. Ah, okay. Oh ja, dann hast du auf jeden Fall so ganz viel Zeit und Spaß. Ich will den neuen Wald haben. In meinem Zuhause. Ah, jetzt. Und ich muss einmal kurz den Ventilator anmachen. Wird doch ein bisschen warm hier dran. So. Nein. Nein. Das war auch falsch. Ich wollte einfach nur die Karte haben. Ah, Glühwein. Heißer Glühwein. Ah, nicht. Sehr heißer Glühwein. Oh. Ich weiß. Und ich will... Nee. Es war nur... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich bin mir selbst, und ich will mich für mich selbst verletzen. Das ist das, dass ich mich von mir aus dem Sinn aus. Ah, und so ist es, wenn du dich anst, dass du dich anst, dass du dich anst, dass du dich anst, dass du dich anst. Aber es ist das, was ich? Aber es ist auch ein bisschen. Ich bin immer wieder aufgerissen. Das ist dann, dass du es. E? Nein, es ist nicht so. Ich gehe zu tun. okay hier ist die karte okay ich würde sagen wir arbeiten uns einmal von vorne nach hinten durch mit den nebenquests wenn es nicht stört dass wir jetzt erstmal gerade keine aufquests machen aber ich würde gerne erstmal die ganzen nebenquests abarbeiten und gucken dass wir ein paar punkte kriegen für die viel fertigkeiten fertig weil hier ist ja noch einiges an punkten was wir machen müssen und nicht müssen aber was ich gerne die haben möchte deswegen machen wir das ab doch die gibt's noch was er halt von als sich was treibst du denn noch in dieser gegend ich habe zwar gesagt dass du gerne wiederkommen kannst wenn du dich mal ausruhen willst aber das ist etwas früh für ein wiedersehen oder jetzt wo du sagst sieht wohl echt so aus als würde ich es etwas zu leicht nehmen ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht was ich tun soll na wenn das so ist warum hilfst du mir nicht ein weichen aus es gibt immer hier immer genug zu tun dass man gar keine zeit für irgendwelche sorgen er geht zum beispiel gerade der pfeffer aus und ich könnte etwas nachschub brauchen ich setze ihn setze ihn sowohl in medizin als auch zur konservierung ein und wenn du mir damit hilfst bist du alt deine sorgen erstmal los garantiert wenn du das brauchst wir haben gerade etwas reicht das genau das habe ich gesucht danke könnt ihr dort auf mich warten ich koche mein speziell rezept damit nur für euch na wie fühlst du meine selbstgemachten kebab war die beste mazer die ich im ganzen jahr gegessen habe ich wusste nicht dass du ein so guter koch bist doch ich hatte schon so eine ahnung dass es genau das richtige für dich ist das ganz liegt allein im pfeffer ich bringe gerne das rezept bei damit du ihnen die unterwegs selbst machen kannst das wäre super dank des lebens okay die sind jetzt voll verschwendet leider aber ist nun mal so gibt es noch mal so nichts 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 was tun was uns was was ist ja nichts weiter geschehen bei apple 14 stimmt war doch mal hier haben wir doch noch geht da mittlerweile was hey schön dich zu sehen tut mir leid wer bist du noch mal ich bin der der dich um eine mode beratung gebeten hat auf deinen anraten habe ich mir was mutiges ausgesucht wie sehe ich jetzt aus verdammt wie männlich und statisch du aussiehst wie ein echter krieger davon bekommt man ja augenkrebs etwas auffälliges ja aber du siehst aus als siehst du gleich in eine schlacht du stichst definitiv frau aus aber aus dem falschen gründen ein hartes rote aber ich lasse das nicht an mich an ich muss nur einen gang hochschalten das ist die richtige einstellung viel glück abschlussbelohnung wir kriegen so viel geld das ist toll wir kriegen mani 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 ähm wo war denn noch mal denn din schlucht in die richtung hier war das riesen zeugel ein dinos schluss ich glaube ich habe am anfang des dinges besser dien schlucht gesagt ich spreche einmal noch manuell nein einmal reicht da oben ist es das ekehafte fiech nutzen wir die zeit so lang wir noch beteiligung drin haben 43 ja das sollten wir schaffen eigentlich oder ich sterbe direkt es kann aber auch sein dass wir trotzdem noch zu schwach sind das fiech schein recht stark zu sein das fiech schein recht stark zu sein wir haben zwei heiler können beide heiler bitte mal anfangen zu heilen die die nicht dass wenn es vorbei ist oder die 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 da ausweichen ich komme ja nicht mehr weg um auszuweichen lebe ich doch noch nicht wieder bitte naja ich muss ja gott sei dank hier ich bin jetzt eh einmal wiederbeleben wobei ich glaube es wäre besser wenn wir kissar mit reinnehmen das aber nicht alles dass wir sie nicht wiederbeleben können wird schon wieder tot das ist echt ein starkes wie ich nein das ist das ist das ist dann es Oho! Oho! Oh Gott! Wie soll es nach der Hälfte werden? Äh, jetzt zur Hälfte haben wir schon mal! Ich stecke in dem Ding fest! Nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder tot! Ja? Äh, wir haben so vorführlich da gehört! Nein! Okay, dann hätte ich eine kurze Frage. In dem ersten Dorf, wo wir auf den Widerstand haben, was gibt es da ein Kurs, wo Shiro eine Modeberatung spielen muss? Hast du die schon fertig? Ja, die habe ich gerade vor wenigen Sekunden fertig gemacht. Ja. Ja. Ich erinnere mich. Nein! Was drehen? Drängst du mich aus dem Ding raus, du scheiße Affe? Nee, du bist eine Kontaseinbetrin, ich weiß. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Lange. Du musst einige Zeit vergehen lassen, bis du die Quest wenden kannst. Oder fortschühren kannst. Besser gesagt. Also du musst erst in das Story voranschreiten. Da hatte ich nämlich auch so meine Problemchen mit. Alter, Instant Dead. Toll. Ähm. Hallo. Habe ich doch ausgewählt. Aber bitte einmal Dua-Lim. Sag, Sie Euch bleu. Och noch so schnell. Ich bin seit Treffen. Das 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 die Leute fathers Wellen. Wwives Ne�. Es ist. Also gegründet. In Ostern. Untertitelung des ZDF, 2020